Es ist ja gut. Kam schon lange, ne? So. Oh ja, Dinger einsammeln! So, nun warten wir mal. Start der Extraktion. Ist ja hier am ausrasten. Ja, muss. So, aua. Bin voll gegen den Wagen geknallt. Hast noch ein bisschen Zeit. Muss außen rumlaufen. Ah ja, jetzt hier. Hallo? Oh! Du musst zu mir kommen. Ich bin unterwegs. Und da reinkommen? Ja, muss. Oh, scheiße, jetzt habe ich einen Unschuldigen gekillt. Das ist selber. Den nehme ich schon mal ein. Komm her, Dinger einsammeln. Ja, ja, das ist nach jedem Gebietsgedöns. So, next. Ah, ich gehe. Alter, was war das für ein Move? Ich gehe mal zu drei. Aber nicht schon. Äh, zu zwei meine ich. Ich gehe mal zu. Jawoll. Umher, Alter. Äh, äh, äh. Äh, äh, äh. Aus hier. Alles klar, dann müssen wir jetzt hier wieder weg, denke ich. Treff dich mit Dane. Aus hier. Ja, ich mache die dicken Teufel mittlerweile auch One-Hit, ne? Die mit dem Kreis? Ja. Ach, krass. Ja, da fehlt ich mit. Mir fehlt noch ein Schaden, mir fehlt noch einen Schaden und ein Reichweitegedöns. Und der Rest ist halt alles Magazin und so. Das kann ich danach immer noch machen. Wie der da am Sammeln ist, die kleine Loot-Huche. Loot, loot, loot. So. Gucken wir mal, wie viel hast denn du jetzt schon wieder? Arkan. Oh, 33, ey. Krasser Scheiß. Gucken wir mal, Flug. So, jetzt habe ich mir auch mal die Beweglichkeit geholt. Muss ich mir noch mal einen dritten Flügelschlag holen. Dann habe ich mir jetzt auch geholt. Oh, ich kann mir sogar schon fluchten holen. Und so besser. So, Dane's Loyalität haben wir auch. Emboldened by the power of song, Jezebel sette out to find the one man that could save her from her impending Napshals. Fortunately for her, Johnny's trail of destruction wasn't too hard to follow. One night with any lover, but you have to punch a panda. You do it. Oh, good question. Um, Mr. Gat? Who are you? Well, I'm, uh... We're not doing that again. Okay. I'm Jezebel. Good to know. What are you doing? Threatening you. You're not marrying the president. I don't want to marry the president. Wow. That was easier than I thought. My dad's making me do it. What now? Now I'm holding you hostage. You don't need to do this. Yeah, that's what hostages always say. No, like, you really don't need to do this. I'm here to help you. Yeah, but I already have the gun drawn, so, uh... Are you kidding me? Maybe. I'm not sure yet. I'm kind of winging. Can you wing it without the gun? Eh, it's a comfort thing. Not for me. What do you want? For you to put the gun down. Get used to disappointment. You sound like my father. What? He's always telling me that life is about misery, not happiness. That dreams only exist to make people forget about their own mediocrity. Man, that's depressing. Being the devil's daughter sucks. What do you want? I want to punch my dad in the face. We're gonna get along just fine. Of course, Jezebel was speaking metaphorically, but Johnny didn't know this. Jezebel was eager to help Johnny in any way she could, and vowed to find a way to sneak him into the palace. Johnny frowned at the seemingly arbitrary amount of time required for Jezebel to find a way to sneak him in. But he accepted the fact that without traditional missions, this was the best way to further the story. Well, it's too easy, isn't it? Who is this? Let's see, let's see, the devil's daughter on our side. We have to make the new daughter's twins, right? Yes, definitely. So, let's do your job log. Hier steht doch Operation Rettung. Es tut mir so leid, mein Vater hat jeden, der dir geholfen hat, in Krieg erklärt. Rette sie, bevor es zu spät ist. okay das klingt auch ganz lustig oder soll man doch die loyalität der zwillinge machen weiß nicht aber ich habe hier auf jeden fall gerade irgendwie keine richtige musik wieso was ist los? aber warum werde ich ihn beschossen? was hast du schon wieder gemacht? ja dann lass das mal machen halt mit den zwillingen oder? mit den zwillingen alles klar ja warte mal karte was ist denn das denn hier? was ist denn das? what the fuck? siehst du die auch? ja ja oh ich hab die getötet okay wieviel? ich glaub wir haben standard Bekanntheit weil wir ja den king töten wollen das ist irgendwie bekannt geworden Dane müssen wir retten, oder? Hast du es ausgewählt? Ne, hier steht jetzt Operation Rettung. Ich habe gerade gar nichts, du musst davor laufen. Kehre zu den Zwillingen zurück, wer will. Ne, das geht nicht, wir müssen Operation Rettung machen. Dann. Dann machen wir Blackbeard zuerst. Da hinten schweben doch schon Typen, aber wir müssen jetzt gleich in den Infight gehen. Ah, was ist los? Ah! Du, lass ein Blackbeard in Ruhe. Ich komme! So. Ich habe hier gerade keinen Sound außer diesen Standard Hintergrund Sound, gell? Echt? Keine Dialoge und so? Ne, gar nichts. Ach krass, ja gut, dass ich aufnehme. Ja, jetzt müssen wir jemand anders, oder? Aufgaben Lock. Jetzt rette Dane. Weiter geht's. Und diesmal musst du mir folgen. So, wo ist denn Dane? Da ist Dane. Abgestürzt. Alter, ist ja voll easy mit der Schrotze. Leck mich ab. Hart am Sack. Können uns eigentlich auch aufteilen. Jeder rettet jemand anders. Ja, der Problem ist, bei mir geht das ja irgendwie nicht. Dein Spiel ist hart buggy irgendwie. So, ich mache mal hier kurz ein Prozess, weiter geht's, rette Shakespeare. Huiiii. Gott, das fühlt sich gut. Ich verstehe nicht warum das bei dir nicht geht. Ich verstehe nicht warum das bei dir nicht geht. Ja, doch nicht. Ich bin halt verflogen. So, Shakespeare. We are coming for ya. Aua, Aua, Aua. Der Kerl ist mega kacke, der hat meinen Ton nicht richtig gut zu nehmen. Hab ihn. So, Al, was ist mit dir los? Wie gesagt, mir wird weder Quests angezeigt noch sonst irgendwas. Ich meine die, die mich hier gerade penetrieren wollen. Ähm. Ich mache mal hier gerade. Einfach die Zwillinge weiter. Hä? Alter, das ist gerade leicht verwirrend, das hier. Warum geht denn das nicht? Aha. Rette die Zwillinge. Ist der da am Sammeln? Jäger und Sammler. Ich sehe schon gar nichts mehr, ey. Die ganze Zeit, die Seelenschwamm getönt. Aber finde ich gut. Jetzt muss ich zwischenlanden. Keine Flügelschläge mehr. Ah, zu spät registriert. Aua. So, weiterlaufen. Komm. God, this feels good. So, wo sind sie denn? Aua, aua, aua. Da sehe ich sie doch. Wow, 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 wow. I'm coming, Kiki. You can't make me fake. My lady's tougher than she looks. Warum? Äh. Ist das hier denn? Komm, warte. Ne, ich meine nur mein, mein Blast. Der wechselt immer irgendwie automatisch auf diesen scheiß Gnome scheiß. Scheiß, scheiß, scheiß. So, hinterher, Schnuggies. Nummer uno. Nummer dos. Kill all those motherfuckers. Don't worry. Thanks. Listen, about the syndicate trying to kill you. Eh, don't worry. Besides, I'm still alive. You die. So, jetzt muss ich mal gerade gucken, wo hier noch so was zum Kaufen ist. Ich muss nämlich mal meine Schrottsymonie auffüllen. Nur nochmal, wie viele Dinger man hier einsammeln kann. Ja gut, du hast ja auch viel zum Aufpumpen, theoretisch. Let's see what these things can do. Wenn du halt voll equipped sein willst, dann brauchst du auch viele. Oh mein Gott, ey. Also, an manchen Stellen ist das Spiel ein bisschen seltsam. Was so Steuerung angeht. Alter Vater, ey. Ich weiß nicht mehr, wann bei mir das letzte Mal oben nichts stand. Das ist so hoch, einfach. So, Vlad. du hast Spaß oder? ja! ist so krass! Aufstieg! so dann gucken wir mal wie viel wir haben die Rettungsaktion ist erfolgreich gewesen! warum wird eigentlich jemand was anderes erzählen sollen? 80 leck mich hart am zückerli! krasser typ so machen wir mal dritten flügelschlag, machen wir vierten flügelschlag machen wir fünften flügelschlag ja was ist das da? das ist so geil! einfach wie auch die texte hier weißt du? flugkraft mache höhere springe und stärkere flügelschläge flugkraft 2 mache noch höhere springe und noch stärkere flügelschläge oh ne stehe wie in der luft in dem du rechte mal in gedrückt hältst und im kuh ok ok krass aha 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 ja ok ich habe bis auf oder? ja ich habe jetzt bis auf ausdauererholung 3 weil ich noch nicht das level habe alles bei flug ausgebildet ja wandlauf endlich ey das ist ja krass oh ausdauererhöhung mache ich auch mal ok gesundheit lol 102 habe ich noch ich pumpe jetzt hier alles in flug und gesundheit so ist das hier p waffen schrotflinte schrotflinte 2 perfekt das war jetzt mal ein guter boost jetzt gucke ich mal hier gerade wo ich mir noch mal was kaufen kann da hinten krass ey jetzt habe ich 5 flügelschläge ja ich auch uuuhhhh zack hier kannst du jetzt nicht hin warum sind wir noch in einer mission Weiß nicht. Aufgaben-Log, Loyalität Zwillinge, Arcane Lektion, abgeschlossene Aufgaben. Jo, nee. Hast du nun was zum anzeigen? Sekunde, ich glaub nicht. Mir wird ja nie was angezeigt. Ist ja komisch. Warte mal, wenn ich jetzt versuche eine neue zu starten. Loyalität Zwillinge zum Beispiel. Ja, trifft dich mit den Zwillingen. Aber warum konnte ich jetzt hier die nicht in den Automaten? Hier kannst du jetzt nicht hin. Komisch. Na ja, ich geh mal zum Zwillingen, ne? Ja. So. Wie komm ich denn da nochmal rein? Da hab ich auf einmal wieder Sound. Okay. Richtig. Ja. Ja. Ja.